Dieser Nachsatz, wo er dann sagt, er würde Russland sogar ermutigen, zu tun, was immer es will. Das ist ja der Satz, der diese ja fast Panik ausgelöst hat. Was bezweckt er mit so einem Satz? Warum sagt er das? Ja, er wird wahrscheinlich auch mit dem NATO-Austritt drohen, wenn er denn ins Amt käme, um klarzumachen, die Europäer sollen sich gefälligst um ihre Sicherheit alleine kümmern. Und das ist das Konzept. Die Trumpisten, der Hardline-Flügel der Republikanischen Partei glauben halt, man muss sich eher um anderes, namentlich vor allen Dingen um den Wettbewerb oder auch die Auseinandersetzung mit China kümmern. Und da sollen die Europäer mal für Russland zuständig sein. Aber man muss das auch vor dem Hintergrund sehen, dass er oft eben droht und redet, um in diesem Fall jetzt Wählerstimmen zu gewinnen. Also es ist dringend erforderlich, mal eine Strategie in Europa zu entwickeln, wie man damit umgeht. Wenn Donald Trump seine Drogen warm macht.